Das nächste Mal bei Der Bachelor. Die Ladies geben alles. Jetzt zeige ich es den Mädels. Besuch von Julia und Juri. Da gibt es schon ein bisschen Anspannung. Ich weiß nicht, ob man rappen muss, um interessant zu sein. Sorry, dass ich lange liege. Ein feuriges Date. Wow, das ist ein Feuerwerk der Gefühle. Das Rennen spitzt sich zu. Der Funke spürt das Bein nicht übergesprungen. Wer muss gehen? Der Bachelor. Montag, 20.15 Uhr auf 3plus.